Stell dir mal was vor, es ist ein heißer Sommertag und du kommst gerade aus dem Schwimmbad und du willst dir noch eine extra Abkühlung gönnen und gehst dafür in den Supermarkt. Du gehst zum Kühlregal, um dir eine Fanta oder eine Cola zu holen und dann fällt dir ein, du hast heute eigentlich noch kein Wasser getrunken. Also höchstens geschluckt, aber nicht unbedingt getrunken. Hallo, ich bin unter dem Wasser, bitte hilf mir. Aber Wasser schmeckt ja eigentlich nur langweilig. Doch dann fällt dir ein, du hast ja dieses eine Wunderprodukt zu Hause. Endlich keine Cola mehr, weil das schmeckt ja wie Cola ohne Zucker. Doch da stelle ich mir eine Frage. Scammt euch? Servus, ich bin der Filzert und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Roast the Firmen. Noch kurz was in eigener Sache, wirklich Dankeschön für den krassen Support unter dem Emma-Video. Das ist das aktuell letzte Video, was online ist, während ich das hier aufnehme. Es ist wirklich krass, dass nach fünfeinhalb Jahren YouTube eigentlich jetzt endlich funktioniert. Wirklich vielen Dank, es bedeutet mir wirklich sehr viel. Aber jetzt dazu, wofür ihr eigentlich alle hier seid, nämlich Airab. Also fangen wir mal wieder bei der Firmen-Geschichte an. Die offizielle Gründung der heutigen Airab GmbH erfolgte im Jahr 2019. Doch die Grundidee von Airab, die entstand schon 2016, nämlich in einer Bachelorarbeit von Tim Jäger und Lena Jüngst. Und das zum Thema Retro, nasa alles riechen. Von der Grundidee bis zum ersten funktionierenden Prototypen der Airab-Flasche hat es übrigens nur sechs Wochen gedauert. Doch dann haben sie einfach zwei weitere Jahre gebraucht, bis zu der Flasche, die wir heute kennen. 2017 haben sie dann als Exist-Gründungsstipendium bekommen, was ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ihre Forschung weiter zu betreiben. Und sie konnten auch ihre Räumlichkeiten an die TU München verlegen. Seit 2019 ist Airab offiziell eine GmbH und dessen Start hätte wirklich nicht besser laufen können. Die vorproduzierten 80.000 Status-Sets wurden innerhalb von nur sechs Wochen restlos ausverkauft. Und damit haben sie gleich mal einen Umsatz von zwei Millionen Euro gemacht. Und obwohl Airab nie bei der Hülle der Löwen war, haben sogar zwei Löwen in Airab investiert. Nämlich Ralf Dümmel, irgendwas der angreift, immer zum Erfolg. Und Frank Thelen. Kurz gesagt ist Airab seit 2019 im deutschen Handel erhältlich und auch auf dessen Online-Shop. 2020 folgten dann Österreich, Frankreich und die Benelux-Länder. 2021 folgten dann Großbritannien, die Schweiz und Italien. Und auch in dem Jahr haben sie die eine Million Marke an Kundenverkäufen geknackt. 2022 beschäftigte Airab schon rund 200 Mitarbeiter und sie waren auf Expansionskurs auf die USA aus. Was strategisch durchaus Sinn macht, wenn man sich dort mal ganz kurz den Lebensmittel- und vor allem den Softdrink-Market anschaut. Also die saufen ja Zucker ohne Ende. 2023 expandierten sie dann ihre Produktionshallen innerhalb Europa immer weiter. Und sie haben auch die Gen-2-Buttle auf den Markt gebracht. By the way, die Gen-2-Buttle ist dafür da, dass man diesen Pott nicht immer mehr rauf und runter geben muss. In der Gen-1 muss man ihn raufgeben, jetzt schmeckt man was und er ist aktiviert. Jetzt ist er unten und in der Gen-2 ist er immer aktiviert. Und er verliert seinen Geruch dann eben nicht so schnell, wie als würde er hier permanent aktiviert sein. Anfang des Jahres folgte dann ein Markteintritt in Spanien und auch im Handel der USA. Sie waren ja davor schon seit 2022 online dort erhältlich. Heute arbeiten rund 300 Mitarbeiter für Airab und sie konnten weltweit schon mehr als 5 Millionen Kunden erreichen. Und die in München basierte Firma hat 2022 einen Umsatz von ca. 160 Millionen Euro erwirtschaftet. Und irgendwo stand auch, dass sie 2023 bei ca. 200 Millionen Euro liegen würden. Also finanziell läuft's nicht schlecht für Airab. Also, soviel zur Firmengeschichte. Doch scammt euch Airab wirklich. Um das aufzuleuchten, möchte ich das ein bisschen anders aufbauen als beim Emma-Video. Denn wie ihr seht, ich hab eine Airab und die seit ca. einem Jahr heißt, ich kann auch meine Erfahrungen mit euch teilen. Und die kostet jetzt nicht unbedingt 1200 Euro wie eine Emma-Matratze. Also, fangen wir an. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass Airab wirklich funktioniert. Ich hab hier zwar nur die Gen 1-Buttle, heißt, durch Gen 2 kann ich euch leider nix sagen. Aber die Gen 1 funktioniert bei mir einwandfrei. Mehr oder weniger, aber zu dem kommen wir dann gleich. Am Anfang ist es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, wenn man das erste Mal aus einer Airab trinkt. Jetzt bei der Gen 1 zum Beispiel ist es so, dass man den Pot hochzieht. Aber dann hat man mehr das Gefühl, dass man mehr Luft als Wasser trinkt. Aber das ist von Airab gewollt, denn nur so kann der Geruch als Geschmack wahrgenommen werden. Durch das Saugen an diesem wunderbaren kleinen Silikonaufsatz wird das Wasser nicht nur aus der Flasche in euren Mund transportiert, sondern auch Luft in diesem Duft portiert zirkulieren lassen, was euch das Gefühl gibt, etwas mit Geschmack zu trinken, obwohl ihr eigentlich nur pures Wasser trinkt. Wenn man sich daran allerdings gewöhnt hat, ist es eigentlich kein Problem und es fällt auch eigentlich nicht mehr wirklich auf und man schmeckt tatsächlich einen Geschmack. Allerdings, was manche Influencer versprechen mit, es schmeckt wie Cola, nur ohne Zucker, das kann ich nicht ganz bestätigen. Und es schmeckt tatsächlich wie Eistee für sich, nur ohne Zucker. Zum Beispiel bei Raspberry Lemon oder auch bei Wassermelone oder generell in allen Geschmäckern, die man auch mit Dicksäften vergleichen kann, die man mit Wasser verdünnen kann, funktioniert Airab wirklich gut. Das kann man dann so ungefähr vergleichen, wie das würde man im Supermarkt zu Wasser mit diesem ganz leichten Geschmack drin kaufen, also mit Aromastoffen drin, nicht mit Süßungsmitteln. So schmeckt das nur ein bisschen intensiver, aber nicht so intensiv, als würde man jetzt einen Dicksaft reinlernen. Aber ebenso schmecken dann halt auch die Cola, Eistee oder generell alle Softdrink-Geschmäcker bei Airab. Es schmeckt halt einfach so, als würde man so einen Schuss Cola nehmen, einen halben Liter Wasser drauf leeren und das dann trinken. Also das ist halt einfach nicht geil und mir persönlich schmeckt es nicht. Hier möchte ich noch ganz kurz einwerfen, dass ich auch mit ein paar anderen Personen, die eine Airab haben, gesprochen habe. Und die meinen zum Beispiel, dass sie halt zum Beispiel bei Cola gar keinen Geschmack schmecken, bei Zitrone dann wieder sehr viel. Aber andere schmecken bei Cola dann wieder einen Geschmack. Ob sie denn schmeckt oder nicht, ist was anderes. Aber der Punkt hier ist eben, dass eben auch die Geschmacksinn der einzelnen Personen eine Auswirkung darauf hat, wie sehr man Airab eigentlich schmeckt oder den Geschmack überhaupt wahrnehmen kann. Kommen wir also zu den fremden Erfahrungen. Und da möchte ich mit Stiftung Warentest anfangen, denn die haben sich eigentlich gefühlt wie mit allem auch mit Airab beschäftigt. Also Stiftung Warentest hat auch die Funktionalität von Airab bestätigt. Des Weiteren haben sie auch herausgefunden, dass wenn man die Airab mit Sprudelwasser trinkt, dass der Dufteffekt verstärkt oder unterstützt wird. Heißt, wenn man das Ganze mit Sprudelwasser trinkt, dann hat man einen intensiveren Geschmack als mit stillem Wasser. Weiter meinen sie, dass in der Airabflasche auf jeden Fall auch keine Schadstoffe drinnen sind. Heißt, solange man sie nicht unbedingt sechs Stunden in der Prallen, sondern im Freibad stehen lässt, wird auch nichts passieren. Des Weiteren haben sie auch ein paar Werbeversprechungen von Airab geprüft und mir Arbeit abgenommen. Zum einen gibt es das Versprechen, kein Zucker, kein Bullshit. Also ist kein Zucker drin und auch kein Bullshit. Das stimmt nicht ganz. Es ist zwar kein Zucker drin, allerdings sind in den Pots Lösungsvermittler und Trägerstoffe enthalten. Die sind allerdings laut Stiftung Warentest unbedenklich. Weiter gibt es ja das Mindesthaltbarkeitsversprechen von den Pots, nämlich 5 Liter müssen sie mindestens halten. Das stimmt auch, allerdings lässt nach meistens zwei Litern der Geschmack schon nach. Allerdings hält der Geschmack auf jeden Fall für mindestens 5 Liter an. Und zum dritten gibt es noch das Versprechen, dass man zu 99,99% Wasser trinkt in Airab. Und das stimmt auch. Allerdings trifft dieses Versprechen halt auch auf so gut wie alle Wasser mit Geschmackflaschen, die man im Supermarkt kaufen kann, zu. Ansonsten gibt es eigentlich mehr Auffälligkeiten bei den Pots selbst. Die stammen nämlich nicht nur aus Früchten. Das Versprechen natürliches Aroma heißt nichts anderes, als es sind Inhaltsstoffe drin, die in der Natur vorkommen. Denn es werden hauptsächlich sogenannte Fantasiearomen verwendet. Wer sich den gesamten Bericht von Stiftung Warentest anschauen will, kann das gerne tun, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und wie schädig eigentlich das Retronasale trinken oder diese Duftpots eigentlich sind, über das ist so gut wie nichts bekannt. Es gibt nämlich keine spezifischen Studien, die sich speziell auf die Gesundheitsauswirkung von Air beziehen. Allerdings kann man auch Studien, die sich eben unter anderem mit dem Retronasalen Riechen befasst haben, schließen, dass es unbedenklich sein soll. Aber wie schaut es denn mit den Erfahrungen von anderen Kunden aus, nicht nur von mir oder von Stiftung Warentest? Im Vergleich zu Emma schlägt sich Air beauf jeden Fall besser, denn die haben auf Trustpilot ganze 4 von 5 Sternen und da lese ich euch ein paar Bewertungen von vor. Also fangen wir bei der Ani an. Sie schreibt, als Akundenservice, Top-Produkt, 5 von 5 Sternen. Eine ihrer Flaschen war sogar schon mit dem Active-On-System ausgeschaltet, die anderen nicht. Sie hat beim Support nachgefragt und ihr wurde schnell geholfen. Die Christina schreibt weiter, dass es beim Versand scheinbar Pazza gegeben hat. Bestellung wurde schnell bearbeitet. Leider lief beim Versand etwas schief, habe das Reklamationsformular zur Neuversendung ausgefüllt und bis jetzt noch nichts Neues gehört. Sicher bemüht man sich. Da kenne ich so ein paar Parallelen zu Emma. Der J.W. hat aber nur zwei Sterne gegeben und schreibt, Duftstoffe unbedenklich? Also, die Flasche ist witzig, aber unnötig. Wir haben jetzt drei Geschmackssorten probiert und es schmeckt oder riecht alles sehr künstlich. Leider ein Fehlkauf für uns. Nach dem Kauf und sobald die Flasche bei uns ankam, wird man mit Mails gefühlt überflutet. Nach der Lieferung bekomme ich nun täglich zwei Mails mit jeweils verschiedenen Anleitungen. Nervt. Das mit den Mails kann ich nicht so ganz bestätigen. Ich habe nämlich selber nachgeschaut und bei mir kommen so circa fünf Mails pro Monat. Und ich meine, dass das ein Newsletter heißt, wenn man keinen Bock drauf hat, kann man die noch einfach abbestellen. Und der künstliche Geschmack, glaube ich, kommt wirklich auf die Duftrichtung drauf an. Mir persönlich schmeckt es von den Sachen, die ich probiert habe. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn du eine Cola trinkst zum Beispiel, wird nicht der erste Gedanke sein, der dir einfällt, wenn du das trinkst. Oh mein Gott, das schmeckt so natürlich. Also damit kann man das meiner Meinung nach gut vergleichen. Und als letzte Bewertung habe ich die vom Jelis hier genommen und er schreibt Schrott. Mein Sohn wollte unbedingt eine Erbtrinkflasche. Am Anfang dachte ich, coole Idee, kaufe ich. Mittlerweile habe ich in den letzten zwei Jahren zwei Flaschen gekauft und ich bin mega enttäuscht. Sorry, aber die Flaschen sind Schrott. Laufen aus, die Hefte und Bücher waren nass. Die erste Flasche habe ich weggeschmissen und wollte der Sache noch einmal eine Chance geben. Zweite Flasche läuft genauso aus und jetzt ist sie im oberen Bereich abgebrochen. Ist dann heute auch im Müll und für mich ist Erb Geschichte. Nie mehr wieder. Und genau das ist es, was ich vorher mit meinem mehr oder weniger gemeint habe. Denn auch meine Erb ist undicht. Nicht, wenn ich sie unbedingt so hier hinstelle und davor so trinke, sondern wenn sie in der Schulter zum Beispiel ist und dann halt so schief steht, ich vor allem Spudelwasser drinnen habe, dann rinnt sie leider aus. Das sollte nicht passieren. Hat auch Erb hier geschrieben als Antwort, sollte mit dem Originaldeckel oder Aufsatz nicht passieren. Da kann man es zurückschicken. Mich stört es jetzt persönlich nicht so, weil ich sie einfach nicht mehr in die Schule mitnehme oder auch zum Sport nicht, weil eben das Wasser, was rauskommt, ein bisschen zu wenig für den Sport ist. Aber für zu Hause ist als Erfrischung auf jeden Fall gut. Und wenn ich sie so hinstelle, dann wird sie auch nicht ausrinnen so. Also, kommen wir zum Fazit. Und um die Hauptfolge des Videos zu beantworten, scammt euch Erb. Meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung nach nicht. Die Firma scheint mir auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig und auch meine Lieferung mit meiner Erb hier kam in der Lieferfrist an. Auch hier, wie wir gesehen haben, kann es zu Lieferproblemen kommen. Allerdings ist es meiner Einschätzung nach eher so, wie als würde man ein Amazon-Paket verloren gehen oder zu spät kommen. Nicht so schlimm wie bei Emma, dass sie einfach zwei, drei Monate nicht kommen. In meinen Augen sind auch die Influencer-Versprechen, die sie in ihren Placements tätigen, auf jeden Fall authentisch und in den meisten Fällen noch korrekt. Jetzt abgesehen von dem Cola-ohne-Zucker-Versprechen. Meine Empfehlung hat Erb auf jeden Fall, denn ich bin durchaus überzeugt von Erb, weil mir schmeckt es einfach und mir gefällt es ihm. Jetzt abgesehen von den Kritikpunkten, die auch ich geäußert habe, zum Beispiel mit dem Auslaufen, ich hätte sie zurückschicken können, habe mich dagegen entschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und beim nächsten Mal werden wir alle ganz große Schmerzen haben.